Ein fröhliches Zimmer und in der neuen Folge Let's Play Dragon's Dog, wo bin ich eigentlich? Ah, ich bin in einem, in einem Lagerschuppen unter der Brücke gewesen. Frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin, ich war gerade auf dem Weg. Das verspreche ich nicht. Betreten, wo ging's denn da hin? Oh, äh, ähm. Äh, ich wollte eigentlich in die Stadt zurück. Und ich wollte gleichzeitig erzählen, dass ich in nächster Zeit wahrscheinlich nicht so richtig zum Aufnehmen kommen werde. Ähm, da ich hoch... Da ich, äh... Das wollte ich sagen... So nicht richtig zum Aufnehmen kommen werde. Genau, da ich im Urlaub bin und da ich wegfahre und da ich meinen Rechner nicht mitnehme und das alles zusammen. Jetzt geh ich hier mitten durch die Katakomben, bin ich überhaupt richtig? Hallo? Ach, hier bin ich. Schon wieder. Ich hab natürlich keine Lampe dran. So. Und gehen wir halt hier irgendwo hoch. Hör, ich erschrocken gerade. Kann man da jemand helfen? Ja. So. Mir ist jetzt schon übel. Keine Ahnung, wo ich bin. Ähm... Erdgeschoss. Erstes Untergeschoss. Ausgang. Find ich mal den Ausgang. Da. Nie. Da. Da. Dann sind wir gleich draußen. Moin, Jungs. Keine Ahnung, wo. Keine Ahnung, wann und wie. Irgendwo fängt das Spiel schon an. Moin, Jungs. Moin, Jungs. Oh, komm, das werden. Räumchen. Das ist ein Greif. Ich versuche ihn zu treffen. Das gibt's nicht. Da war. Warte. Wo ist der Greif? Da. Au. Na, der hat doch sitzen können. Baut er jetzt ab? Ist abgehauen. Hm. So ein Greif umzubringen, ist gar nicht so einfach. Na, moin. Wie geht's denn? Oh, den Geld wurde von mir. Wo will ich eigentlich hin? Ich will mir meine Belohnung abholen. Oder hatte ich das schon? Hatte ich das schon? Ich weiß gar nicht, was ich zuletzt gemacht habe. Gucken wir uns doch mal die Aufträge an. Kehrt nach Kornisorin zurück und setzt all das davon erkenntnis, dass der Aufstand niedergeschlagen wurde. Welcher Aufstand? Was ist das mit Mercedes? Das trifft Mirabel bei Nacht. Haben wir nicht Nacht? Ja, nicht so richtig. Ich glaube, es wird langsam. Ich glaube, es wird langsam, ne? Oh, das war nötig. Entschuldigung. Ich musste da mal eben durch. Erstmal ausladen. Also, ich möchte es nochmal betonen, das ist wahrscheinlich die letzte Folge vor den Osterferien. Ostern komme ich nicht dazu. Das heißt, da wird es auf jeden Fall zwei Wochen Pause drehen. Ups. Nee, diesmal komme ich einfach nicht dazu, das alles voraus aufzunehmen. Weil ich auch zur Zeit sehr glücklich bin. Da mit anderen Dingen beschäftigt bin. Und nun, wie soll ich sagen? Ja, da gerät das einfach im Hintergrund. Und, um ehrlich zu sein, das ist auch gut so irgendwo. Paradieshüter. Ja, aber keine Sorge, ich werde auch wieder aufnehmen. Nur nicht mehr bis Ostern. Das schaffe ich nicht. Das wird einfach nix. Morgen fahre ich schon woanders hin. Das heißt, da werde ich auch keine Zeit dafür haben. Äh, das heißt, heute ist definitiv der letzte Tag, an dem ich überhaupt aufnehmen kann. Ja. So. Irgendwann bin ich heute. Kommt wieder. Nee, warte mal. Können wir uns bis zur Nacht ausruhen? Dann können wir nämlich mal gucken, wie wir da jetzt weiterverfahren. Weiterverfahren. Mein Gott. So. Warte mal, ich habe hier einen Zettel liegen. Ist das was Wichtiges? Äh, das ist ein Einkaufszettel. Nein, ist nix Wichtiges. So. Äh, quietsch. Sehr schön. Oh, hier sind Aufträge. Gesuchung, Eskorte, Pip. Ja. Hier können wir resten. Manage Inventorien und Skills. So. Ich habe dich gar nicht berührt. Wir sollen Mirabel bei Nacht. Jetzt habe ich ihn berührt. Wir sollen Mirabel bei Nacht treffen. Wir werden, wenn ich nicht schütt. Wischen Sie sind. Und wo soll ich sie genau treffen? Der ist schon mal am Weg. Ich hatte ja diesen anderen komischen Commander oder wer auch immer das war, hier auch nicht getroffen. Als ob das nachts irgendein Bug wäre. Vielleicht hätte ich ihn auch in Palast treffen sollen? Ne, da hatte ich auch geschaut. Oh, was ist das? Räumt den Mäker, du bist gekommen, Ariesen. Oh, das ist glücklich, der größte glücklich. Mhm, mhm. Ja, mhm. Verstehe, sie möchte gerne Techtel-Mächtel, obwohl sie verheiratet mit dem König ist und jetzt hat sie mich irgendwie gesehen. Warte, warte, Ariesen. Und habe eine Karte, um dich zu finden, dass du dich in Miladies-Chambers zu besitzen hast. Ach, ich soll ihnen ihr Gemach. Oh. Ist das denn jugendfrei? Jetzt muss ich auch noch niesen. Verdammt! Das kann ich mal ausschneiden. Ach, Mann. Oh Gott, oh Gott, das ist mir auch noch nicht passiert. Es kam alles so plötzlich. Ich dachte, ich könnte es unterdrücken. Es geht nicht. Entschuldigung. Hm. Hm. Wir müssen sich gegen solche Korrupten sein, dass der Dutsche wegkommt, bevor der Drakon nie kommt. Alles falsch, guck mal. Moin. Die Melodie klingt ähnlich wie Legend of Zelda. Oh, oh. Will the Long Days rule him, sire? No, you must hide. There is a fool that's filled at dragons. Quickly. You storm the lady's bedchamers with the urgency of a man in battle. Oh, oh. Oh, oh. Hey, der sabbert ja. Der ist nicht per Sinn. Oh, my lord. What are you? Lenore. Lenore. Oh, my lord. Forgive me. My lord Edmund. Was ist denn mit dem los? Sorry. I'm sorry. Lenore. Das ist nicht her. Was ist denn mit dir? Ja, sicher. Was für ein Biest. Was zum... Boah, wie dreist. Jetzt werde ich ausgepeitscht und du weinst da hinten? Ja, vielen Dank auch. Ja, jetzt brauchst du ja auch nicht mehr kommen. Was habe ich getan? Ich kann nicht zu Beginn für diese Betreuung fragen, aber ich war sicher, dass der Duke mich nicht zu Beginn, wo ich stand, wenn ich nicht so gesprochen habe. Die Frisur sitzt wie eine Bombe. Du musst gehen. Der Duke ist halb krass und faszinierend. Der Rolf. Ich sollte mir denken, dass ich ihn zufrieden habe. Ich flieh aus dem Verlies. Skelettschlüssel. Großartig. Wo habe ich mich denn da reingeritten? Oh. Das war so nicht geplant. Ähm. Ich wollte hier schon immer mal rein. Und das Fußeisen aufgehen. Die gammeligen Riesentrauben. Ich wollte da runter. Ich wollte hier nämlich schon immer mal runter. Großartig. Die Spinne gerade ein Ziegel ausgespuckt. Sache. Hm. Ich hätte ja gern mein Zeug wieder, ne? Ich bin erschrocken. Oh, ne Schlangenhaut. Oh. Hallo. Ah. Das ist ja wie in... Ich wollte schon sagen, der ist schon auf Zelda, aber nicht wirklich. Ist das vielleicht wie in... Kisten. Er hat Knollensaft. Ähm. Und welche Spieler nennt mich das gerade? Skyrim. Natürlich. An die Konkurrenz. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich wieder rauskomme. Pilz. Milch. Pilz. Hä, wo bin ich jetzt? Ein Aufenthalt im Gasthaus lässt Tag und Nacht schneller wechseln. Oh. Ich habe Quest-Knowledge gewonnen. Master, du bist verletzt. Wie hat das passiert? Äh. Äh. Ihr wart ja nicht da. Kann ich mich wieder anziehen? So. Das sieht doch auch sehr gut aus gerade. So. Dann nehme ich noch einmal das da. Wo bin ich? Ach was. Ja. Wir sind draußen. Boah. Ich möchte nochmal zum König. Ich glaube, ich habe mich irgendwie unbedingt gemacht. Oh. Oh. Du. Bleibst hier. Ob der Auftrag mal irgendwie weitergehend geht? Wenn ja wie? Wo soll ich also hin? Wie. Wie. Da komme ich hier irgendwie hinten durch. Habe ich hier gerade einen Schacht entdeckt? Ne, achso, hier geht es weiter. Ja, ja. Entschuldigung. Ich müsste eigentlich wieder zurück jetzt. Ich will ja wissen, was da abgeht. Hallo. Richtig. Stimmt, ich muss meinen neuen Herzogsbefehl noch abholen. Wenn der jetzt nicht mehr böse auf mich ist, würde es mich ehrlich gesagt wundern. Seid ihr etwa... Snow! Seid ihr auf den Rift, Arisen. Hallo. Ja, Arisen. Snow! Am liebsten würde ich sie wieder benutzen. Also mitnehmen, aber... So, den Wolkenbein packen wir noch ein. Das Kranzes Kraut kann man auch noch mitnehmen. Das Kranzes Kraut kann man auch noch mitnehmen. Das Kranzes Kraut kann man auch noch mitnehmen. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal zurück zum Schloss und gucke dann mal, ob die mich noch haben wollen. Ja, ja. Hol auf. Ich bin einfach mal so dumm und renne noch mal auf. Mal ins Schloss, wo ich eben rausgeschmissen wurde. Aber was war mit dem König los? Warum hat er... Gegeifert? Moment mal. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Wie der kleine Gnome dahin und her wackelt. Ja, ja, kriegen wir hin. Okay. Ich sollte das zuerst dem Schloss nachfragen. Hat er jedenfalls gerade erzählt. Ich denke, ich... Moment mal, weiß er da etwas selber drüber? Ich glaube, ich könnte ihn ja wieder abbrechen. Das will ich aber nicht. Oh, warte. Hallo? Ist das ein Österreicher? Jawoll. Unser Übertäter hatte einen Führer. Aha. Gibt es noch mehr, die mir was erzählen wollen? Die treffe von der Tankstelle ja nicht. Aber wer könnte mir noch was erzählen? Oh, wie war ich schon mal? Ich weiß, ich renne gerade ein bisschen. Weil ich eigentlich auch schon längst so in meiner Aufnahmezeit bin. Aber das ist mir auch gerade bloß. Gut. Ich denke, ich sollte mich einfach hier noch ein bisschen umsehen, bevor ich... ...dem Auftrag draußen weiter nachgehe. Und... Der hat nichts für mich. Ähm. Ja. Ist das eigentlich ein Teil der Hauptquels? Würde mich doch irgendwie wundern. Aber gut. Wir machen das nächste Mal an der Stelle weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon's Dogma. Ich mache jetzt mal ein kleines Bäuschen und wir sehen uns in ein paar Tagen wieder. Ich mache jetzt mal eine Pause, ne? Ciao. Ciao. Ciao.